Ich heiße Sie herzlich willkommen zur Live-Präsentation einiger Neuheiten und Highlights von Kenedo, Ihrem Bad- und Duschlösungsanbieter der SFA-Gruppe. Ich stelle Ihnen die Smart Design vor, eine trendige Duschabtrennungsserie hier mit schwarz-pulverbeschichteten Profilen. Bei der Serie Smart Design gibt es neben den im Trend liegenden Walk-In-Varianten für nahezu aller Einbausituationen eine praktikable, formschöne Lösung mit vielen unterschiedlichen Türkonfigurationen. Schwenktüren, Pendeltüren, Falltüren mit verschiedenen Öffnungsvarianten oder wie hier gezeigt Schiebetüren. Die Serie Smart Design gibt es in gerahmter oder teilgerahmter Ausführung. Die Profilfarben gibt es in verchromter und weißer Ausführung sowie für viele Modelle zusätzlich auch in schwarzer Ausführung. Die perfekte Ergänzung bietet unsere neue Duschwannenserie Kino Rock Evo, hier in Steingrau. Das Material dieser Duschwanne ist Biolex, ein Mineralverbundstoff. Die Oberfläche ist in Natursteinoptik gehalten und ist rutschfest nach Klasse C, wie alle Duschwannen von Kinedo aus dem Material Biolex. Der Ablauf ist farblich abgestimmt und die ganze Wanne ist mit nur drei Zentimeter extrem flach. Passend hierzu bietet Kinedo auch die Wandpaneele Kino Vol Rock Evo aus dem Material Biolex mit identischer Farbpalette wie die Duschwannen.